Hallo und herzlich willkommen, lieber Fisch, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 18. bis 24. März 2019. Ja, wir schauen natürlich wieder in dieser Woche, was so an Energien für dich so vorherrscht, was du nutzen kannst, was vielleicht ja hinderlich ist und du schaust dir an, ob das für dich hilfreich ist. Bitte nicht passend machen, wenn es nicht passt. Wenn es passt, kannst du es natürlich nach Belieben nutzen. Das ist ja auch gedacht dafür. Wir gucken mal, welche Energien von außen kommen, also was so dein Umfeld an Energien mitbringt, dir entgegenbringt. Was haben wir da? Wir haben die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist Erdenergie, bedeutet halt auch Stabilität, Sicherheit, pragmatisch, praktisch und sehr fürsorglich natürlich auch in einer praktischen Art und Weise. Das ist nicht schlecht. Wir gucken, was in dieser Woche dir vorgeht, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch, deine Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und dann gucken wir natürlich auch nach dem möglichen Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir das zweite Kartendeck, das sind die Wochentage. Die Wochentage müssen nicht exakt so stimmen, wie das vorgegeben ist. Also, wenn das für dich ein anderer Tag ist, aber trotzdem hilfreich, kannst du das selbstverständlich nutzen. Wir gucken mal, was für Energien du mitspringst in dieser Woche, also was du nach außen hin zeigst. So, was haben wir denn da? Wir haben die Drei der Stäbe. Die Drei der Stäbe ist eine Energie, wir schauen nach neuen Horizonten, also neue Dinge. Was gibt es Neues, was gibt es Interessantes zu entdecken? Und die Drei der Stäbe ist auch eine Karte, die sagt, das, was wir im Vorfeld geleistet haben, vorbereitet haben, wo wir investiert haben, da warten wir, dass sich das erklärt oder dass das eben Früchte trägt, dass das für uns was bringt. So, dann haben wir natürlich wieder die Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, beginnen wollen wir natürlich wieder mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche. Fünf der Stäbe, das hatten wir diese Woche schon mal bei anderen Sternzeichen. Das ist entweder ein innerer Konflikt, wo du dir nicht sicher bist, wo die Reise hingehen soll. Das kann auch Wettbewerb sein, irgendwo, dass du dich ja so ein bisschen im Wettbewerb befindest oder fühlst, im Job oder um jemanden zu erobern vielleicht. Also im Moment so ein bisschen Konflikt belastet, aber nicht schlimm. Das ist halt mehr so, wie gesagt, eine Wettbewerbssituation. Dein Wunsch in dieser Woche. Die vier der Münzen. Die vier der Münzen sagt mir, dass du an etwas festhältst. Das kann natürlich die Finanzen betreffen. Das kann die Sicherheit und Stabilität betreffen. Das hat vielleicht mit dem Wettbewerb zu tun, wegen einem neuen Job, wegen einer vielleicht Beförderung. Kann auch bedeuten, dass du dir wünschst, dass du eben nicht so auf das Geld achten musst. Gucken wir mal. Hoffnung und Ängste. Die Wiedergeburt. Es geht darum, vielleicht Dinge, die dir abhandengekommen sind, wiederherzustellen. Also vielleicht gab es eine Zeit, wo du dich einfach wohler in deiner Haut gefühlt hast, wo Dinge anders waren und du wünschst dir, dass diese Dinge wieder hergestellt werden. Oder es ist ein innerlicher Prozess. Vielleicht deshalb auch hier der Wettbewerb, dass du wieder der oder die Alte werden möchtest. Je nachdem. Wiedergeburt bedeutet auch, wie Phönix aus der Asche steigen und ja, wieder man selbst sein zu dürfen, zu können. Wie auch immer. Dann haben wir die Karte, was gut ist für dich in dieser Woche. Wir haben die Zwei der Schwerter. Die Zwei der Schwerter bedeutet auf der einen Seite, dass man unentschlossen ist, dass man eine Entscheidung nicht treffen möchte, die aber notwendig ist. Auf der anderen Seite bedeutet die Zwei der Schwerter, dass man mit etwas sich zurückhält. Also etwas nicht äußert, etwas nicht sagt oder tut. Und das ist auf der Position gut für dich. Das heißt, vielleicht ist in dieser Woche etwas Zurückhaltung notwendig. Schauen wir mal weiter. Was ist denn nicht gut für dich? Die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist eigentlich die Ruhekarte. Also, dass man über Dinge nachdenkt, sich zurückzieht, sich Ruhe gönnt. Und das wäre in dieser Woche eben nicht so gut. Wenn du dich jetzt irgendwie zurückziehst und nicht handelst, nichts tust, wäre das nicht so gut. Der Ausgang in dieser Woche ist die Fünf der Schwerter. Das heißt, einen Konflikt austragen. Also, es ist notwendig, dass du, wenn es zum Konflikt kommt, dass du dann auch dazu stehst und darauf auch reagierst und dich nicht zurückziehst. Gucken wir mal, was die Wochentage sagen. Der Montag. Wir haben die Neuen der Münzen. Das ist eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, man hat was erreicht. Man fühlt sich schon ganz gut und relativ sicher. Aber man ist natürlich nicht, sag mal, fertig damit. Man muss weiter daran arbeiten. Am Dienstag haben wir die Fünf der Kelche. Etwas, ja, worüber man, ja, nachtrauert. Vielleicht ist etwas nicht so gut, also hat etwas nicht so gut geklappt. Man hadert mit der Situation. Das ist aber nicht so gut. Man sollte lieber mit dem arbeiten, was man hat. Also sehen nicht, was man verloren hat, sondern was man zur Verfügung hat. Also zu schätzen und zu realisieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job verloren habe, was habe ich? Ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Möglichkeiten, ich kann was tun, ja, anstatt zu sagen, das ist unfair und dies und das, ja. Also Selbstmitleid wäre hier falsch. Am Mittwoch haben wir die Zehn der Schwerter. Das ist ein voller Zyklus. Man kommt über eine Enttäuschung hinweg. Kann mit dieser Traurigkeit zusammenhängen. Es ist wichtig, dass man das hinter sich lässt. Am Donnerstag haben wir die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche bedeutet schmollen, gelangweilt sein oder eben die Möglichkeiten nicht sehen. Und das kann hiermit zusammenhängen, dass man aufgrund des Haderns mit irgendwas oder irgendwem nicht sieht, welche Möglichkeiten sich bieten. Also versuche in dieser Woche die Augen aufzuhalten und nicht das Negative in den Vordergrund zu holen, sondern das Positive, was sich dir bietet. Welche Möglichkeiten du hast. Am Freitag haben wir den Herrscher. Das kann jemand sein, der eine starke Position inne hat. Das kann aber auch bedeuten, dass du die Dinge in die Hand nimmst und dass du siehst, wie es funktioniert. Also, dass du wirklich die Dinge im Griff hast. Am Samstag haben wir die Sechs der Schwerter. Das ist in ruhigere Gewässer. Stress ist vorbei. Es wird ruhiger. Am Sonntag haben wir die Drei der Kelche. Es gibt etwas zu feiern. Gut. Schauen wir mal genauer nach, was dabei rauskommt oder welche Details wir noch erfahren können. Wir haben ja von außen die Königin der Münzen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jemand versucht, dir auch unter die Arme zu greifen, sei es jetzt finanziell oder durch wirkliche Unterstützung. Ja, also ich meine im Sinne von dir hilft bei irgendwas und du versuchst ja auch neue Dinge zu entdecken, neue Dinge zu ergründen mit den Drei der Stäbe, dass du da vielleicht dir neue, ja, Dinge suchst, die dir auch mehr geben, sei es jetzt im Job oder auch privat neue Hobbys zum Beispiel. Wir gucken mal, was dieser Konflikt da ist. Es geht um Ausgewogenheit, Harmonie. Jeder bekommt, was er verdient. Vielleicht ist das momentan so, dass du das Gefühl hast, du bekommst nicht genug oder wirst ungerecht behandelt zum Beispiel. Wir haben auch hier die Mäßigkeit Harmonie. Und das sagt mir auch, dass du selber, wenn du diese Harmonie haben möchtest, für diese Harmonie sorgen musst. Also von dir aus versuchen musst auszugleichen. Im Sinne von, ich gucke mir das an und wenn es unfair ist, versuche ich auf charmantem Wege irgendwo diese Ungerechtigkeit zu verändern. Aber eben auf harmonischen Wege, nicht durch Streit. Wir haben hier die Vier der Münzen. Da geht es in die ruhigeren Gewässer. Und wir haben das Unbekannte. Ich glaube, es geht darum, sich auf den Weg zu machen, etwas Neues zu entdecken. Das kann zum Beispiel ein Job sein oder irgendetwas Neues, was dein Interesse weckt, dass du etwas Neues ausprobieren möchtest vielleicht. Und wir haben ja da in Hoffnung und Ängsten die Wiedergeburt. Wir haben den Turm, der Platz macht für Neues. Und wir haben die drei der Schwerter. Es kann sein, dass du diesen Schmerz von einer Enttäuschung loswerden willst. Dass du irgendwie gekränkt wurdest. Das muss jetzt kein Liebesschmerz sein. Das kann auch im Job sein. Das kann durch jemanden sein, der dich beleidigt, gekränkt hat oder wie auch immer. Dass du versuchst, diesen Schmerz zu beseitigen, indem du für Ausgewogenheit sorgst. Und natürlich der Wunsch, davon wegzukommen. Was Neues auszuprobieren. Auch in Beziehungen zum Beispiel vielleicht. Wir haben hier, gut für dich ist die zwei der Schwerter. Wir haben die hohe Priesterin, das ist Intuition. Und wir haben den Bubel der Stäbe. Das bedeutet, sich auf etwas fokussieren. Mit den zwei der Schwertern würde ich jetzt einfach mal intuitiv sagen, dass du das nicht an die große Glocke hängen solltest. Also, dass du das nicht jedem erzählen solltest. Wenn du dich umschaust nach etwas Neuem. Nicht gut für dich ist die Schmollecke. Also eben über diesen Schmerz hadern und sich selber leid tun. Wir haben den Eremiten, der in sich geht und die Schätze in sich selbst sucht. Und damit auch natürlich die Talente. Das, was du kannst, was du vielleicht entdecken kannst. Und der Hierophant ist das Selbstvertrauen. Der Glaube an dich selbst. Der dich von dieser, ja, Zurückhaltung oder vom Kummer oder auch von dem Selbstmitleid fernhält. Wir haben die Fünf der Schwerter. Wir haben Möglichkeiten. Sieben der Kelche und den Ritter der Schwerter. Es kann sein, dass du den Möglichkeiten vielleicht zu schnell, zu aggressiv hinterherhächelst. Ja, das ist nicht bös gemeint. Bitte nicht falsch verstehen. Dass du dich auf das Nächstbeste stürzt, nur um davon wegzukommen. Ja, das sollte schon überlegt sein. Ja, wenn du unzufrieden bist und nicht so wirklich weißt, wie du von diesem Kummer, diesem Schmerz oder was auch immer wegkommst, das Bedürfnis hast, aber das zu erreichen, solltest du du erstmal mit jemandem sprechen, der dich gut kennt. Mit dem du vertraust und mit dem du vielleicht andere Perspektiven finden kannst. Und zum anderen solltest du vielleicht auch versuchen, zu, ja, realistischen Mitteln zu greifen. Also zu gucken, wo liegen meine Talente? Was kann ich tun? Was ist es, was ich besonders gut kann? Wofür bin ich prädestiniert? Wir haben hier die Intuition, wir haben die Fokussierung, um die Wiedergeburt möglich zu machen. Aber die Fokussierung heißt nicht, dass du dich auf das Erstbeste stürzen sollst. Es heißt, dass du überlegen sollst, wo kann ich hingehen oder was bringt mich weiter. Und wenn du, sag ich mal, einen Rhetorik-Kurs besuchst, das wäre ein kleiner Schritt, ja, um einfach mal zu erfahren, wie funktioniert das. Aber jetzt wirklich alle Möglichkeiten versuchen auszuschöpfen, bringt dich in Schwierigkeiten. Die Fünf der Schwerter ist immer Konflikt. Und das kann natürlich auch sein, dass dich das viel Geld kostet zum Beispiel. Also geh es ruhig an. Lass dich nicht in die Irre führen. Wir haben im Monat März einfach Merkur rückläufig, der auch dafür sorgt, dass wir so ein bisschen, ja, mit beiden Beinen in den Wolken stehen. Ja, dann musst du versuchen, dich selbst oder durch jemanden, der vielleicht Erdenergie hat hier, auf den Boden zurückzuholen. Und dann mal zu gucken, mit kleinen Schritten in die richtige Richtung zu lenken. Wir haben die Neuen der Münzen. Wir haben da wieder die Traurigkeit, die auch direkt daneben liegt. Und wir haben die Kommunikation. Kommuniziere das mit jemandem, wie gesagt, dem du vertraust oder wenn du keine vertraute Person hast. Gibt es auch, ich sag mal so, Stellen, wo man sich unterhalten kann mit Gleichgesinnten. Ja, wo man sich austauschen kann, wenn man über irgendwas oder wenn man, ich sag jetzt mal ein Beispiel, arbeitslos ist. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, an Treffen teilzunehmen, Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann auch was ganz anderes sein. Aber wichtig ist die Kommunikation. Dass man darüber spricht, dass man das nicht für sich behält und wie gesagt in seiner Schmollecke verharrt. Das haben wir hier. Und da haben wir den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist Feuerenergie, sich für etwas begeistern. Aber das ist eben keine langfristige Energie, das ist was kurzfristiges. Da investiert man halt für kurze Zeit sehr viel Energie und stellt dann fest, ach, das ist eigentlich doch nicht das Richtige. Der König der Schwerter ist Luftenergie. Das sind Wassermann, Waage oder Zwilling. Das könnte eine Person sein, die dir Ratschläge gibt. Jemand, der weiß, wie man sowas regeln kann und der dich unterstützen kann. Das war das Beispiel, was ich eben sagte, dass du das Gespräch suchst. Das kann ja auch sachlich sein. Wir haben hier den vollen Zyklus der Enttäuschung, dass du das hinter dich bringst. Wir haben den König der Stäbe. Das ist auch eine Person, mit der man solche Dinge gut besprechen kann. Der sicherlich auch einen guten Rat für dich hat. Feuerzeichen, also Widder, Löwe oder Schütze. Das kann auch dein Boss sein, das kann dein Vorgesetzter sein, das kann ein Freund, eine Freundin sein. Das ist ja hier geschlechterunspezifisch. Also jemand, mit dem du vielleicht darüber reden kannst. Und hier haben wir deine Energie. Die Königin der Kelche, sich kümmern. Sich um das Problem kümmern, damit man die Ursache bekämpft und nicht einfach durch irgendwelche wilden Aktionen, sage ich mal, einfach vielleicht neue Probleme schafft. So, wir haben hier wieder die vier der Kelche, dieses Schmollen. Neun der Stäbe, das powert dich aus. Dieses Schmollen, dieses Hadern über etwas, was doch nicht mehr zu ändern ist, bringt dich leider nicht weiter. Und das musst du dir selbstbewusst machen mit dem Gericht, also über die Situation urteilen, wie sie ist. Und sie dann auch tatsächlich so anzunehmen, was natürlich nicht leicht ist. Wir haben den Herrscher als nächste Karte, fünf der Münzen und die acht der Kelche. Da haben wir wieder diesen Rückzug oder diesen Wunsch oder man fühlt sich als Außenseiter und möchte am liebsten davon laufen. Das ist keine Lösung, weil die Probleme gehen mit, egal wo du hingehst. Das Beste ist, sozusagen den Bullen bei den Hörnern packen und sagen, so, ich packe mich jetzt da selber raus als Herrscher. Ich schaffe mir diese fünf der Münzen und die acht der Kelche vom Hals, indem ich einfach sage, so, ich gehe jetzt den geraden Weg. Und ja, ich gehe es langsam, aber überlegt an. Wir haben die Liebenden, was auch eine Entscheidung im Gefühl ist, also du bist ja ein gefühlvolles Sternzeichen und du nimmst sozusagen dein Gefühl natürlich mit. Ja, und die sechs der Schwerter bringt dich in ruhigere Gewässer und da haben wir das Ass der Kelche. Ein Neubeginn in Liebe und mit Liebe und erst mal die Liebe natürlich zu dir selbst. Das ist das Wichtigste. Ja, und vielleicht triffst du halt, wie gesagt, in dem einen oder anderen Bereich Gleichgesinnte und fühlst dich dann auch gleich viel besser. Wir haben ja die drei der Kelche. Da haben wir den Konflikt, der natürlich auch ausgetragen werden muss. Und da haben wir die sieben der Stäbe. Sehr gut, du stehst für das, was dir wichtig ist, ein. Das heißt natürlich auch, wenn du Fehler gerade bügeln musst, dann musst du auch tätig werden. Kommunizieren, sprechen, angehen. Ja, das ist wichtig. Ich denke mal, dass du lieber die Dinge, ja, dass du dich lieber viel beschäftigst mit anderen Dingen, als tatsächlich der Sache auf den Grund zu gehen und diese Sache zu bereinigen. Ja, den Eindruck habe ich. So, wir haben eine Orakelkarte. Hol dir Rat. Du brauchst mehr Informationen. Wende dich an einen Experten. Das habe ich gesagt, wenn du Informationen brauchst oder wenn du Unterstützung brauchst, dann solltest du dir Gleichgesinnte suchen, jemanden, dem du vertraust. Vielleicht hier Erdenergie, jemanden, der Ahnung von dem hat, was gerade dich beschäftigt, was dich gekränkt hat, was dich verletzt. Sei es jetzt der Verlust einer Arbeitsstelle, der Verlust einer Partnerschaft oder einfach, dass du dich in deiner Haut momentan einfach nicht wohlfühlst. Und wilde Aktionen bringen dich da leider nicht dahin, wo du hin möchtest. Die machen dich nur noch kirre. Und deswegen, ja, einfach mal das Gespräch suchen, den Rat suchen und mal schauen. Vielleicht kannst du damit das erreichen, was du eigentlich möchtest. Jetzt habe ich dir noch eine Karte von den Weisheitskarten der Seele gezogen und das ist die 25 Metamorphose. Das ist nichts anderes als die Veränderung. Schauen wir mal, was wir haben. Metamorphose. Du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengungen. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verluste und Opfer vonstatten gehen. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise, dein Leben zu betrachten und zu führen, gewöhnt hast. So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann, so musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas notwendiges Willkommen heißen, damit du dein bestmögliches Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt oder eine ungesunde Angewohnheit. Auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verluste abgehen, aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Also, das Ganze ist nicht schmerzfrei oder nicht ohne, dass man die eine oder andere Hürde nehmen muss, aber es lohnt sich und das ist das Wichtigste daran. Mein lieber Fisch, ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Es macht dir Mut, den Weg zu gehen. Denn je eher du dich darauf besinnst, desto schneller hast du die Metamorphose dann hinter dir und kannst das Neue genießen. Also wäre das eine Überlegung. Ich würde mich freuen, wenn die Legung dazu hilfreich für dich war und bin gespannt auf deine Kommentare und inwieweit das für dich hilfreich war. Dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ja, ich drücke dir alle Daumen. Ich hoffe, dass das gut klappt, dass du da schnell durchkommst, weil sich das ja sicherlich auch nicht so angenehm anfühlt. Aber ich wünsche dir das Allerbeste und freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Tschüss.